Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute werde ich allerdings nicht lange sprechen, deswegen bin ich auch einfach in meinem Büro geblieben. Ich möchte Ihnen eine frohe Weihnacht wünschen mit erholsamen Tagen für Sie und für Ihre Familie. Und ich möchte Ihnen auch gleich ein schönes und frohes neues Jahr wünschen 2024, hoffentlich mit Frieden und mit Gesundheit für uns alle. Gleichzeitig möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen zu danken für ein weiteres Jahr, in dem Sie uns Ihre Kinder anvertraut haben. Und ich möchte Ihnen auch zusichern, dass wir auch 2024 alles tun werden, um Ihr Vertrauen zu rechtfertigen. Also herzlichen Dank, frohe Weihnacht und alles Gute.